Ich steh lieber schon mal ne Schwierigkeitsgrad hoch Die Opferst du mir jetzt schon leid Jetzt seh'n wir so wie der IAS-Belt Weil du dir den Namen gemerkt hast Sowas vergisst man nicht Ich kenne deinen Feind Ich bin ja immer noch nach wie vor der Meinung, wir sollten weniger Bombe spielen Das sagst du um 10 Minuten vor 3 Ja ne, weil ich glaube die größten Arschwächer sind bei Bombe Ich glaub wir hatten auch bisher immer nur Cheater bei Bombe ne? Ja Gut, die anderen Modis die spielen wir ja nicht so oft Wir müssen eine Bombe aufspüren Wie? Nicht da? Ich dachte er wäre immer schwul gewesen Äh Tiere waren seine Ding Drohne hat eine Bombe lokalisiert Ja, oben Kino Schlafzimmer Kann ich bestätigen Ja, da ist ein Chi-Shot im gewesen Ah nein, da ist ein Chi-Shot im gewesen Oh, ne Caveira Und ein Capcom 5 Sekunden bis Einsatz Entschärfer wurde erneut gesichert Rück zur Bombe vor und entschärfe sie Wie? Capcom das haben wir ja EAP Arrante Ah hinten jetzt Da wäre er tot Ja klar 4 Dinger reingeschürt Und er Oh der hat gar nix mehr Capcom Ich hab hier ne heftig betroffen Entschärfer ist jetzt gesichert Da ist Kapkan. An der Tür ist auch eine Kapkan. Fenster kann ich nicht erkennen. Wenn dann auf der linken Seite. Mit links meine ich rechts von dir. Zum Fenster eins. Ja. Da. Du hast doch noch eine Sprüche. Und zwei. Eigener Druck neutralisiert. Würde ich sagen, dann lasst uns doch die Farbe behälter spielen. Können wir gleich machen. Doch niemand hört auf mich. Ich habe auch vor drei Stunden gesagt, lass uns doch eine Runde CS spielen. Keiner hört auf mich. Naja ok, 4-1 ist auch ok. Naja ok, 4-1 ist auch ok. Die Bomben schützen. Die Bomben schützen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend klaren. Ja. Sicherheitsabstand. Störsender wird aktiviert. Gerät hier abgemacht. Achtung, die Gegner haben eine Bombe. Ja. Mir fehlt noch eine Verstärkung. Mir fehlt noch eine Verstärkung. Mir fehlt noch eine Verstärkung. Ja. Alle sind bereit. Alle sind bereit. Dosen zwei. Vor der Küche war auch jemand. Unten. Die Wand wurde befestigt. Das Gerät ist in Position. Treppe. Ash ist noch auf der Treppe. Abs. Die Hälfte. Da. Wo ist gestorben dann. Die haben ja den Boden aufgemacht. Da ist noch jemand. Oh fuck, ich muss nur nachladen. Yo, Setcher ist da. Auf in Hallway eine Richtung. Die IP und die anderen Richtung. Gegen eins. Die Treppe ist bei der Küche. Ist noch Ash. Das dürfte Ash gewesen sein. Du bist im VIP? Ja, Vibana. Durch das Loch, was du gemacht, gesprengt hast. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. 4-2 geht auch. Die Hälfte. 2-2 geht auch. 3-2. 3-2. 3-2. 4-3. 5-4. 5-5. 7-4. 5-4. 6-5. 5-4. 5-5. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Bücher frei. Sicher? Vielleicht? Wir müssen sie in ihrer Position und entschärft sie. Ich will nicht, weil... Fenster auf bei der Treppe. Heera ist auf der Treppe. Also bei Aquarium ist keiner drin. Das war, glaube ich... Hinter der Theke ist noch einer und auf der Treppe immer noch. Das ist hier bei Aquarium. Entschärfer wurde erneut gesichert. Auf dem Gang hängt er immer noch rum. Auf dem Gang hängt er immer noch rum. Auf dem Gang hängt er von links. Auf dem Gang hängt er immer noch rum. Auf dem Gang hängt er immer noch rum. Er ist jetzt gesichert. Ali, wie tot? Leg, leg, leg. Die ist unten. In der Bar. Meera ist unten. Da, na. Immer noch, äh, Treppe. Auf dem Gang hängt er. Sauber. 4 kills. Ich liebe Finca. Ja, klar. Und 4 zu boh geht auch. Kram. Ja. Na. Wenn du vorst. Die Bomben sichern Oh ja, auch immer was Warum sind wir denn hier? Ich dachte wir gehen hoch Es bleiben 5 Sekunden Bombe vom Gegner entdeckt Zugang gesichert Ich gehe nach hinten Nur Seiteneingang oder Serviceeingang Da geht schon was ab Blätter Die kommen von hier Verhörer Magazin wechseln Tür verbarrikadiert Feindlicher Scan steht an Ich starte die Uhr Line ist glaube ich noch hier Line hart getroffen Wo war der? Hier bei Bluebein Ich drücke die Steps Hoi hinter dir Hinter dir die Treppe hoch Wo du hoch bist auch Nein Nein Die nicht Die fahren vor Ewigkeiten Bei Bei Penthouse Rechts von mir ist einer Draußen Treppe Ach fuck ey Die waren da Treppe Und Line vorm Fenster Von Bluebar Du könntest durchs Fenster gucken Da war eben Line Klein ab Klein ab Klein ab Schön Nur noch ein Gegner übrig Doki war eben auf Treppe bei Shisha Über mir Über mir Über mir Der will wo unten denn rein Magazin Yo Sunnybar Yo Dieser Kleine Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Ihr wisst was zu tun ist Nur noch 15 Sekunden Die ruhig holen Zehn Sekunden noch Nee da kommt die nicht rechts Schön Gegner eliminiert Missionserfolg für eigenen Truppen Gut Weil die ja Küche Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzuspüren Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzuspüren Küche Wir kriegen einen Pfeil Ah scheiße Ist nichts Ist nichts Wieder laufen Jo Jo Drohne hat eine Bombe lokalisiert Die machen wo wir gelegt haben sich den Boden auf Also unten runter wird jemand gauern noch 5 Sekunden noch 5 Sekunden Gamm Geiern Entschärfer wurde erneut gesichert Rück zur Umgebung Und er ist oben im Aquarium Achtung mit dem Balkon Er ist gestorben im Aquarium Er ist gestorben im Aquarium Ich glaube in der Dresen Wo saß die Clemens? Äh du saß in deinem Dresen und bist dann rausgekupft Wo saß die Clemens? Koffer liegt draußen Ah da ist einer Da ist einer Ah schießt sich dran Ich lege hier Ach ne der hab ich draußen gelassen Nicht doof Machst du ein Fenster Ich hol den Oder holst du den? Jo Liegt auf dem Balkon Unser Achtung Ein scharfer wurde zurück geholt Du bist da. es ist aktiviert um jeden preis kommt rein sauber gegner neutralisiert eigener druck erfolgreich ich fand das sogar als wir beide durchs fenster geschaut haben und der steht da in shisha bei dem um an 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Hibana. Drinne. Über Serviceeingang. Der wollte legen. Träger aufgehalten. Tür und Leine in 4 Uhr will es nicht legen, da müsste auch der Koffer liegen. Fenster? Drinne. Drinne. Drinne bei der Bombe. Esch. 5% hat sie noch. Geiles Spiel. Geht drauf. Na? Echt nice. Endlich. Eine Runde würde noch gehen. Aber Bombe raus. Und dann zuerst oder wie? Nope, dann geht's im Bett. Gott. Gott, ich schramm schon hart an Gold 4. Ja, ich bin oft auf dem Weg dahin. Ja, sei still. Jawohl. Ja. Ja.